moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch ein neues zeit ist zeigen und zwar das ronnet raygun ist bei dem ihr mit hoher wahrscheinlichkeit auch die raygun bekommt geht dafür einmal in die pizzeria stellt euch vor die tür und aktiviert euren äther schleier nun seid ihr hier drinnen leute und ich würde euch empfehlen heute schneller laufen dann könnt ihr auf die pizza kartons interagieren macht die tür auf und jetzt müsst ihr die pizza abliefern ihr müsst am besten da oben durch den teleporter das ist nämlich der schnellste weg leute also geht durch den teleporter und die erste pizza liefert ihr in die videothek unter euch geht hier durch und rechts an der ecke auf diesen kartons müsst ihr die erste pizza abliefern wenn ihr dann die pizza abgeliefert habt dann müsst ihr wieder zurückgehen und mit ronnet raygun reden und er gibt euch die erste belohnung danach nimmt euch wieder einen karton und ihr habt wieder 45 sek hunden zeit um die pizza abzuliefern nehmt wieder den gleichen teleporter und wenn ihr wieder hier in der musterstadt seit im westen dann geht im kino rein denn dort links bei den puppen befindet sich die zweite schachtel wenn ihr dann wieder bei ronnet raygun wart eure belohnung abgeholt habt und neue kiste genommen habt dann kommt wieder hier durch den kino leute läuft geradeaus durch dann habt ihr rechts die bar und rechts am tisch ist die nächste schachtel dann geht zu ronnet raygun holt eure belohnung und danach die letzte pizza und die müsst ihr jetzt zum burger king liefern und der ist hier geradeaus durch dem kino weiter geradeaus laufen und am ende ist ein tisch mit einer schachtel und dort ist die letzte pizza so wenn ihr nun alle vier pizzen ausgeliefert habt dann müsst ihr wieder zurück zu ronnet raygun und mit dem reden und er droppt euch die letzte belohnung bei mir war es jetzt goldener schrott aber die wahrscheinlichkeit ist hoch dass er euch eine raygun droppt so das war's dann mit dem video leute ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und falls noch kein abo bei mir ist kannst du das an dieser stelle gerne ändern ansonsten ciao und bis zum nächsten mal